Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von EuroTruck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Heute fahren wir mit einem 440 PS starken Scania Streamline. Och, was war das noch? High Roof? High Line? Scheiße, habe ich es hier vergessen. Läuft. Ähm, waren 15 Tonnen, soweit ich mich erinnere, Luxus-SUVs von Goetheburg oder Helsingborg und bekommen ungefähr 5800. Ähm, bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob es wirklich so ist. Sehen wir jetzt. Äh, Helsingborg und das passt. Perfekt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ähm, ja. Ja, da mittlerweile auch wieder ein bisschen viel Zeit vergangen ist, seit der letzten Folge und der meteorologische Frühlingsanfang schon war, ähm, hat es hier natürlich auch ein bisschen aufgetaut und wir fahren jetzt durch den Frühling hier durch. Und das Schöne ist natürlich, dass bei mir jetzt gerade die Sonne scheint und ich jetzt auf dem, interessanterweise auf dem rechten Monitor, das halt jetzt überblendet ist. Oh man, da wirst du ja nicht auf dem anderen, aber gut. Das ist ja prinzipiell nur eine kurze Tour. Ich könnte wieder an den Bremsen gewöhnen. Wie lang ist es her? Ach, schön, hier ist die Sonne wieder weg. Jetzt kann ich wieder mehr sehen, das ist super. Ich muss mich vorhin auch gewöhnen, dass ich auf den anderen Monitor gucken muss. Eigentlich, bei den meisten Spielen schaue ich hier eigentlich auf den linken Monitor, was ja eigentlich mein Hauptmonitor ist. Aber jetzt muss ich auf den rechten gucken. Oh, ich habe vergessen zu bremsen. Ich muss mich erst mal wieder daran gewöhnen. Mal schauen, vielleicht komme ich dazu, morgen noch eine weitere Folge aufzunehmen, aber jetzt erst mal durch diese Folge fertig zu kriegen. Durch den Nebel. Es ist aber auch hier eine schwere Geburt, hier eine Mod zu finden, die noch kompatibel ist, aber noch einen Download, einen kompatiblen Download zu finden. Sollte ich mir mal auch fix nochmal ein... Wobei, Herbst mal brauche ich wahrscheinlich nicht. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir dann, haben wir dann statt bei vier schon begonnen. Na ja, ich sollte morgen definitiv mal ein bisschen was aufnehmen, ein bisschen was vorproduzieren von No Truck Simulator. Weil ich eigentlich morgen was anderes vorhabe, oder vorhaben muss, mehr oder weniger. Vielleicht habe ich es bis dahin aber auch schon geschafft, dass ich mich ein bisschen informiere. Das ist ein bisschen aufwendiger, was das betrifft, hier zu produzieren, aber... Mal gucken. Aber ich schätze mal, mal gucken, vielleicht kommen wir nicht dazu. Wahrscheinlich kommt ich heute nicht mehr dazu, um mich ein bisschen da vorzubereiten dafür, aber... Wobei, ich weiß, ich glaube es gerade so eilig ist, dass ich jetzt direkt heute oder morgen machen muss, aber... Mal gucken, morgen, denke ich auf der Fall, da werde ich nochmal ein, zwei Folgen aufnehmen. Von No Truck Simulator 2, damit ich ein bisschen was im Voraus habe. Bin ich in den ganzen zwei... Oh, ich weiß nicht, wie lange habe ich jetzt Pause gemacht gehabt? Drei, vier Wochen oder so? Wo ich am Trailer gearbeitet habe, oder mehr den Fokus auf den Trailer gelegt habe, als um Folgen nach produzieren. Weil ich ihn unbedingt fertig haben wollte. Und bin halt trotzdem gar nicht irgendwie dazu gekommen. Das wollte ich doch gar nicht. Okay, ja. Vier Wochen ist es her. Mehr als vier Wochen sogar. Oh Gott, da kommt das Licht aus. Alles klar. Da wollte ich eigentlich die Zeit nutzen, um auch ein bisschen was vorzuvollziehen, aber... Irgendwie... ...hat das nie so geklappt. Ich habe auch ein bisschen einfach nur getrödelt mit dem... Unter anderem habe ich auch getrödelt. Ich habe zum Teil auch versucht, erst mal hinter die ganzen Videos herzuschauen von YouTube, die ganzen Serien, die ich so verfolge. Ja, dann nebenbei noch zum Teil... Oh Gott, das ist ein MMOGA-Char gewesen. Also halt ein... Auf alle Fälle Dungeon & Dragons... Char, sag ich es ja, war ein Spiel von einem Dungeon & Dragons. Von einem Dungeon & Dragons-Spiel. Oder angelehnten Spiel. Ein bisschen Char, weitergebaut, weitergebildet, weitergefarmt. Und dann... Ja... Also wirklich nur ein bisschen, so ein, zwei Stunden, so täglich. Ein bisschen reingepusht, reingepusht, reingefokust. Und dann wurde ich meistens auch immer wieder überrascht durch etwas frühe Streams, die ich moderieren musste. Oder wo ich durch meine eigene Einstellung, wo ich meine Person... Alter, what the fuck. Durch meine eigene Einstellung... Ähm... Ähm... Dings. Ähm... 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 Angegelser gezogen gefüllt habe, dann halt dort wieder hinzugehen und zu simulieren. Wie man sieht, der Frühling, den Frühlingseffekt. Die Vegetation. Die Stunden sind natürlich jetzt auch anders. Wir haben halt zwar immer noch 10 for the European Summer Time, aber... Das ist ja auch halb so wild. Die ist dann halt noch so in der Reloaded Staffel... Oder in der dritten Staffel der Reloaded Version. Also ich bin mir sicher, dass du prinzipiell gesehen, äh... Also komplett prinzipiell gesehen, ich weiß halt nicht, wie das so ein Dings ist... In Schweden, aber dass du im Prinzip auch 100 fahren könntest oder dürftest. Das ist ein Flixbus, ja, ne? Oder sowas nahe zumindest. Na toll. War klar, dass es an viel zu regnen. Okay, 150 Kilometer haben wir, glaube ich, jetzt nicht bei uns gelegt. Eine kurze Folge zum Einstieg ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, ne? Da muss man ja nicht direkt mit einem 40-Minuten-Brecher oder so anfangen. Das sie auf dem Prefab immer so langsam werden muss. Obwohl, das Prefab ist natürlich auch bescheiden, ne? Ja, man muss ja quasi von 0 auf 80 direkt rauf auf der Autobahn. Ja, gar nicht, wo welche Möglichkeit, dass man eine Auffahrt hat. Sowas ist eigentlich, wenn man das mal einfach von dem Aspekt betrachtet, ist es schon nicht verkehrt, dass auf dem Prefab die KI langsamer wird. Oh, guck, jetzt gucken wir, sind aber richtig vorsichtig hier, oh Gott. Ja, heute wäre eigentlich der mögliche Zeitpunkt, um viel aufzunehmen. Und Truck Simulator Franchise, um es mal einfach so zu bezeichnen. Sei es euer Truck Simulator 2 oder American Truck Simulator. Das muss ich wirklich früh machen. Ja, komm, aber ich seh nix. Wir müssen wahrscheinlich auch gleich wieder raus. Was? Noch relativ bald. Oh, wie schaut's aus? Na, es geht. Können wir mal ein bisschen überholen. Noch ein bisschen Strecke machen auf Schaltergeschwindigkeit. Was? Wir sind echt schon fast da? Das ist echt ne kurze Folge. Na gut. Nach der Pause kann man auch immer wieder kurz anfangen, aber... klein anfangen, mehrere weniger klein anfangen. Ja, wie gesagt, es geht jetzt wieder weiter, so im höchstwahrscheinlichen normalen Rhythmus. Also ich versuche es im normalen Rhythmus hinzubekommen. Trotz fehlender Vorproduktionen. Was heißt fehlender Vorproduktion? Da hab ich auch noch ein bisschen was von... Oh, von Anno hab ich noch ein bisschen was. Von... City City Islands hab ich ne Menge aufgenommen. Allerdings alles noch so mit winterlicher Atmosphäre. Weil ich nicht mit so schönen Temperaturen oder dass es die Gefühlen der Rottung jetzt gerade so gäbe, wie es bei mir gerade im Zimmer sind, sonst ist das definitiv ne schöne Abkühlung. Aber ansonsten, und da von Trains im World hab ich noch ein bisschen was vorbereitet. Also... Für eine Woche. Aber da kommen wir auch wieder rein. Ähm... Oh Gott. Okay, Festbattle jetzt wieder full wegen Helsingburg. Heilige Scheiße. Ich hab davor alles gechillt und jetzt geht das so ab hier. Kurz vor Ende. Oh Gott. Warum wird es sich beruhigt, wobei das hier ne schöne Position ist, wo wir rein müssen. Wir brauchten 100.000 oder 35.000 von den ersten eigenen LKW. den wir vorher hatten, in der ersten... oder in der Staffel einfach nur. Das war verkehrt. In welchem Spiel war es doch mal F1? Warum bin ich so fixiert auf F1? Um es halt auch zu... Ach ja, hier. Ransom World, genau. Wunderbar. Perfekt. Dann wollen wir mal kassieren. Dann wollen wir mal kassieren. Ich glaube, wir brauchen nur um 135. Oh, also war ein guter Rhythmus. Oh, gutes Dings. Ähm... 866 Euro und 437 Erfahrungspunkte. Steigen damit ein Level nach oben. Und gehen demnach nochmal auf einmal Fernfahrten weiter nach oben. Dann... Lieferung bis zu 550 Kilometer pro Stunde. Ach, pro Stunde. Genau. Also würde ich sehen. Und plus 10% höhere Verbindung bei Lieferstrecken über 350 Kilometer. Hervorragend. Dann... Speichern wir das Ganze mal ab. Folge 18. Und... Ja, wie gesagt, ich glaube, wir hatten... Da muss ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, wir hatten... Vielleicht sogar die neue Generation genommen. Von den Scanias. Ich versuche den einfach mal. Aber ich weiß es nicht 100%. Es kann sein, dass es halt so ein Scania S gewesen ist. Und... Ne, ein Scania R. Ein Scania R oder ein Scania S gewesen ist. Weiß ich nicht, aber ich glaube, es war einer von den neuen Modellen, glaube ich, gewesen. 120.000, ja. Ich glaube, 125.000 brauchen wir so Pi mal Daumen. Glaube ich. Vielleicht. Vielleicht brauchen wir auch weniger. Der billigste kostet auch nur 112. Okay, wir brauchen... Okay, wir brauchen 125.000. Das ist so das Ziel. Das heißt, wir brauchen nochmal 25.000. Äh... Ja, ich habe mich wirklich verlassen. Äh... Mal schauen, was wir vielleicht beim nächsten Mal fahren. 15.000er Strecke. Das ist doch echt ein cooles Ding. Also Preis würde ich gesehen. Mal schauen. So, wir werden es sehen. Äh... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video werde ich nochmal nachschauen, welchen LKV wir in der zweiten... Ach, in der dritten Staffel gehabt haben. Uns gekauft haben. Falls wir uns einen gekauft haben. Wenn nicht, dann werden wir mal gucken, ob wir uns einen Scania S nehmen oder... Oder ist ein Scania R oder der andere? Also eine von den neuen Modellen werden wir uns wahrscheinlich nehmen. Oder den Stream? Nein, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ähm... Ja. Machs gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.